Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, es geht so genau so. Heute ist ein YouTube-Video, Freunde. Heute habe ich mal gedacht, Freunde, jetzt bevor wir das ganze Video starten, Freunde, würde ich mal sagen, ihr gebt einen Daumen nach oben, abonniert natürlich mich und schreibt immer Kommentare, ich lese mir gerne Kommentare durch, abonniert mich, folgt mir auf Instagram und folgt mir natürlich auf Snapchat, Freunde. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, aktiv und dann können wir auch miteinander mit kompensieren, weil mir dann nicht folgt. Und immer schön wichtig, die Glocke aktivieren, weil sonst, ja Freunde, sonst könnt ihr mich nicht aktiv sehen. Also Freunde, denkt dran. So, ich glaube, es ist so viel. Heute das Thema Model habe ich schon ein Fan geschenkt bekommen, so eine Tasche. Richtig, richtig geil, Digga. Guck, das ist die Marke. Richtig geil, Alter. Richtig geil, Freunde. Guck mal hin, nochmal. Da kann man richtig, das ist nicht so die Ernste, der scheiß, plastische Papiertüten-Dreck. Das reißt alles. Da kann so 20.000 Kilo Steine rein, man, das Ding, das hebt einfach noch. So Taschen muss man immer kaufen. Ich wollte immer kaufen, aber ich habe nie gewusst, was die gab. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal so ein Video. Richtig, richtig fresh, der. Und wir machen mal, kann man mal ein Foto machen? Korrekt. Richtig, richtig nice, Freunde. Und genau. Ja, also schlafen, wie gesagt, ich drehe nachts das Video um halb eins, kurz vor eins. Ich bin immer im Gefühl, der einste Nachbar, wo wach ist, aber ist ja auch der einste Thema. Aber die Tasche, Freunde, die ist sowas von aktiv, Freunde, das können die gar nicht glauben. Das können die gar nicht glauben. Ich wollte einfach nur mal herzlich Dankeschön sagen, Digga. Der kam aus, ah, jetzt habe ich das Paket weggeschmissen, äh, den Katern. Ich weiß nicht, ich glaube, Düsseldorf oder so, ich weiß es nicht. Aber danke, Digga. Vielen, vielen Dank, Digga. Vielen, vielen Dank. Es ist richtig eine crazy Tasche, wurde mir von innen sehen. Und riecht auch so nach Chemie, aber auch fresh, Freunde. Also, auch wenn der Fan das schon benutzt hat, Freunde, ist es richtig, richtig aktiv. Und, der hat mir auch diesen Pulli geschenkt. Das ist eine gute Marke, ich weiß es, Freunde, jetzt denken manche Leute, die Farbe hinein. Kostet menschens 40 bis 50 Euro, so ein Pulli, das ist so. Das ist eine richtig teure Marke, Alter. Richtig gut. Dann nochmal rätselchen Dank, Digga. Also, Freunde, ich laber so viel. Ich wünsche euch, was, keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich sage es wieder schon. Und, reingehauen. Peace.